Und wir heißen alle Interessierten herzlich willkommen, unabhängig von Religionszugehörigkeiten, Herkünften und Kulturen. Besuchen Sie unseren Pavillon und lernen Sie das House of One und Ihre christlichen, jüdischen und muslimischen Vertreter kennen und bauen Sie mit uns an diesem Haus des Dialogs für ein friedvolles Miteinander in unserer Stadt, in unserem Land und in dieser Welt. Vielen Dank.